Servus, hier ist der Tim vom Gottschau Spielfeld und wie versprochen gibt es jetzt wieder weitere Preise, die ihr an Ostern vom 15. bis zum 18. April bei uns gewinnen könnt. Die geile HK Army Shocker Amp habe ich euch ja schon vorgestellt. Jetzt zeige ich euch den nächsten Markierer, den ihr bei uns gewinnen könnt und zwar eine Empire Mini GS in einer sehr geilen Farbkombination, wie ich finde. Gefällt mir persönlich auch richtig gut, habe ich selten gesehen so eine Farbkombination. Wir haben ja wie gesagt 100 Preise für euch versteckt, da sind ja zum Beispiel Pötte dabei, Laufkondome, Laufreiniger, Speedfeeds, Abdeckungen, T-Shirts, Paintgutscheine, Spielgutscheine und noch vieles mehr und noch ein weiteres Schmankerl zeige ich euch. Wir haben noch hier ein Jersey von HK Army bekommen, ein Ronny DeZone Practice Jersey. Vielen Dank nochmal an HK Army. Der Ronny DeZone spielt bei Houston Heat, also der ein oder andere wird ihn von euch kennen. Ich freue mich auf euch, das könnt ihr alles an unserem Osterwochenende absahnen. Bis dann, euer Tim vom Gottschalkspielfeld.